Grüezi und Hallo aus Altsheim, mein Name ist Juliane, ich bin die Winzerin von Juwelweine aus Rheinhessen und wenn ihr euch dieses Video anschaut, habt ihr hoffentlich gerade in seinen leckeren Weißboden am Glas und eine extrem leckere Pizza vor euch stehen. Die Kombi ist perfekt, es ist super frisch, es ist ganz filigran und passt einfach super gut zusammen. Wenn ihr noch ein paar mehr Infos wollt zu unserem Wein, zu unserem Weingut, dann kontaktiert am besten die beiden Jungs von Tanino Gallo, die sind immer zur Stelle und wissen Bescheid oder kommt bei uns im schönen Rheinhessen vorbei. Lasst es euch schmecken und Prost!